Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. So, ich hab mal geschaut, ich hab am Ende der letzten Folge gesagt, ich muss mal gucken wie viel... Ich muss mir hier was einfallen lassen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Es geht nicht. Ah, hitzend. Hier ist es gerade ungünstig, weil da eine Wanderhorde kommt. Hier kommt eine Wanderhorde. Ich hab sie gehört in der Entfernung, ganz leise. Ich glaub, die kommt aus der Richtung. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, sie haben das Haus gefunden. Mal gucken, dann müssten wir da unten ja leicht sehen. Ich nehm jetzt einfach erstmal nur für mich auf, hab aber begrüßt. Ja, da unten, da seht ihr, da war einer. Also ich hab hier folgen, entweder nehme ich jetzt noch eine fünfte auf. Oder halt eben nicht. Dann hacke ich eigentlich, eigentlich wollte ich nur ein paar Steine hacken. Für mich eben schnell und... So, eigentlich wollte ich nur ein paar Steine hacken. Für mich eben schnell und... ...dann vielleicht die Nacht noch ein bisschen craften. Dann doch ein paar mehr hier. Aber mit dem müsste ich ja fertig werden hier, ne? Ja, geht doch. Er läuft auch genau da rüber. Es sind auch noch nicht alle. Da läuft noch was. Wie viele mögen's denn sein? Ich kann das gar nicht abschätzen. Warum bin ich denn jetzt hantet? Von wem denn? Ach, von dir da? Also die Wanderhorden funktionieren noch sehr gut. Die wandern hier auch noch richtig. Und hier laufen noch immer mindestens zwei oder so. Der hat sie mal aus den Schuhen gehauen, das. Das ist aber auch nicht cool jetzt, wenn er dann unten auf die... Na gut, ich hab da überall Spikes drumherum. Das funktioniert ganz gut. So, und als Kriecher können die nun mal nicht so wahnsinnig viel ausrichten, ne? Er wird da jetzt auch sterben auf den Spikes. Aber ich höre noch... Mehr Schritte hier. Das hört gar nicht auf. Krass, es ist immer noch nicht vorbei. Oh, da rennt denn da hinten einer entlang. Ich kann die Spikes ja am nächsten Tag schon gleich wieder erneuern, was? Dass man nicht runterfallen will. Das wäre nicht so elegant, wenn du runterfällst. Na, komm her. Irgendwie das Gefühl, dass ich hier hinten die Feralhorde verbringen würde. Das macht gar nicht so einen schlechten Eindruck hier. Irgendwo höre ich noch Schritte. Ja, da vorne. Der nervt mich. Der möchte ich nicht haben, wenn ich gleich draußen bin. Ich bin halt am überlegen, entweder nehme ich das jetzt regulär auf oder ich verbringe das nur für mich auch. Aber diesen Teil kann ich ja schon mal zeigen, ne? Na, komm. Ich treffe ihn nicht so gut, ne? Um dich zu sagen, ich treffe ihn gar nicht, ne? Wie, wie, wie weit hoch, wie viel vorhalten muss ich denn? Okay. Ja, okay. Immerhin einmal getroffen. Steht er wieder auf? Ja, aber klar. Oh, ich zu, zu weit, zu weit rüber. Da, komm jetzt aber weg da. Jetzt, komm, geh doch gepflegt mal sterben. Ja, dann mach das doch selber mit dir und den Spikes aus. Dann gehe ich wieder hier hin. Von hier aus habe ich einen guten... Ja, siehst du, das hast du jetzt da vorne. Ich glaube, dass es safe ist. So ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Den können wir hier noch looten, glaube ich. Wo ist er denn hin? Ach, hier unten ist er ja. Ach, das war die Mutter. Okay. Ich hole mir erst mal neues Holz. Dann kann ich über Nacht nochmal neue Spikes craften. Die gefallen mir. Da mache ich noch mehr drumherum, glaube ich. Das ist eine gute Sache. Mal gucken, wie die Heatmap aussieht, ey. Also, gucke ich natürlich nicht, aber... Das würde mich mal interessieren. Die Schmiede halt nochmal wieder an. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch läuft. Also, hier oben beim Haus verlief sie noch. Jedenfalls dachte ich mir, okay, pass auf, dann besorgst du nochmal ein paar Steine und dann kannst du hier in der Nacht noch ein bisschen was machen. Aber ist natürlich jetzt so an Tag 10 auch echt gefährlich, ne? Das kannst du so an 6, 7... Äh, 7 ist auch nicht mehr. So, 6, 7, 8 kannst du das ja noch gut machen. Da kannst du ja problemlos dann einen Tag vor und nach der Ferrarlaude rausgehen. Ja gut, einen Tag davor vielleicht auch nicht wegen der Hunde. Obwohl, die kommen ja an Tag 12. Also an 13 und 15 kann ich draußen in aller Seenruhe nachts abbauen. Da kommt dann vielleicht mal ein Zombie. Das kann schon sein, ja. Aber, ähm... Da kommen keine Wanderhorden. Ich lausche gerade mal. Deshalb sage ich gerade nichts. Ich gehe da gerade mal echt in mich. Den will ich mir ja lieber reparieren. Eben schnell. Ich habe jetzt auch nichts zu trinken für Ausdauer dabei. Wenn jetzt was kommt, wäre nicht cool. Ich habe echt nichts zu trinken mitgenommen. Ich bin na, ich Idiot. Na. Naja, wahrscheinlich wollte ich das noch. Und dann hat mich die Ferrarlaude, die Wanderhorde da überrascht. Ich kriege jetzt gerade echt ein bisschen Muffensausen. Weil wenn ich Schritte höre, dann ist es eigentlich schon zu spät, würde ich sagen. Aber ich brauche Material für die Cobblestone-Frames. Kann mir nicht helfen. Ich brauche Material. Und, äh... Ich glaube, ich schneide jetzt hier mal. Nehme aber weiter auf. Oder so. Ich weiß es nicht, wie wir das jetzt machen. Na, pass auf. Wir nehmen diesen Block hier noch mit. Ich will die nächste trinken. Juckerfrucht. Die bringt doch auch Ausdauer, oder? Ja. Die bringt Ausdauer. Den nehmen wir noch mit dem Block eben schnell. Und dann gehe ich rein. Und dann schneide ich auch wieder. Was könnte da ja sein, dass jetzt noch was Aufregendes passiert? Das wäre ja möglich. Also wir wollen es nicht hoffen. Also, was ihr hofft, will ich gar nicht wissen. Aber ich will es nicht hoffen. Und rein, 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 rein. Mir gefällt das nicht. Auch nicht ohne Mining Helmet. Überhaupt erstmal die Leiter wiederzufinden. Hier, das kann ich mal so einfach für mich. So, okay. Dann haben wir jetzt 10 Minuten. Was ja. Noch nicht so viel. Dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis gleich. Und, ähm... Ja, ich fange hier mal ein bisschen an. Zu werkeln und zu craften. Noch eine Crafting-Folge in der Nacht müssen wir nicht haben. Dann bis morgen. Tschüss. So, da bin ich wieder. Neue Aufnahmesession. Aber die Folge geht natürlich noch weiter. Wir befinden uns in der Alpha 137. Wie ihr hier oben sehen könnt und da an der Musik hört. Ich blende das gerade nur ein, weil ich habe den Spawn jetzt mal auf Very High gestellt. Und damit machen wir jetzt mal weiter. Echt zu wenig los ist. Das heißt, 50% mehr Zombies. Hier steht es. Medium hatte ich vorher. Na, jetzt ist es schon weg. Und, ähm... Ja, dann starten wir mal. Mal rein. Wir haben 4 Uhr. Ich habe da nachts noch durchgemacht und dann habe ich mich aber ausgelockt. Und, ähm... Hm. Ach! Dann war das ein Solo. Ach, meine Temperaturanzeige ist noch rot. Da dürft ihr euch jetzt nicht von irritieren lassen. Die habe ich... Uah! Rausgetappt. Die haben mich mal vorhin verändert. Wir haben was Lustiges... Das ist ja schon ein Opfer. Wir haben ja... Wir haben was Lustiges festgestellt. Wir haben vorhin, ähm... die 5 aufgenommen. Und, ähm... Zwar... Ähm... Echt interessant. Weil, ähm... Irgendwann so in der zweiten Folge, äh... Aufnahme, hat, äh... Abo festgestellt, dass er, ähm... Wollen wir mal... Stairs... Ähm... Puh! Wie viel machen wir denn? Wollen wir mal 10 Stück? Hat Abo festgestellt, dass er plötzlich, äh... hier meinen UI-Mod hat. Und Abo wollte den ja gar nicht haben. Ähm... Also er spielt ja auch im Solo ohne. Und, äh... Am Nordisch hat er sich den ja schon aufgemacht. Und Xyra wollte den wohl auch ganz gerne haben. Aber, äh... Ja, Abo hatte den plötzlich. Und er hat sich den aber nicht raufgemacht. Ähm... Und dann hat's, ähm... Xyra, äh... Festgestellt... Hey! Sie hat den auch. Also sie wollte sich den mal aufmachen. Äh... Hat's aber zeitlich nie geschafft. Sehr lustig. Und, ähm... Ähm... Das ist, äh... Unheimlich. Also mir haben jetzt auch zwei Leute, äh... In den Kommentaren zum UI-Mod geschrieben. Äh, du, bei mir geht das nicht. Wobei... Also die pauschale Aussage, du, bei mir geht das nicht. Ähm... Als Informatiker, der auch gelegentlich mal im Support tätig ist, ähm... Ja, wenn man sich ein Update installiert und man installiert den Mod da nicht nochmal neu, dann kann's auch nicht gehen. Also mit der Aussage, es geht nicht, kann man nichts anfangen. So, und, äh... Aber einer hatte geschrieben, ähm... Ähm... Er hat das dann nochmal geprüft und hat gesagt, äh... Okay, ähm... Auf, ähm... Auf, ähm... Auf, ähm... Auf Servern, ähm... Funktioniert's nicht auf dem Server, auf seinem Server? Oder auf, äh... Da, wo er spielt. Äh... Aber, äh... Lokal geht's. Und dann hab ich gesagt, naja, weiß ich nicht, vielleicht haben sie da was geändert, ne? Dass es auf Servern nicht mehr funktioniert. Kann ja sein. Steckt man ja so ordentlich drin. Das ist gar nicht mal so doof, was ich hier mache, ne? Oder? Wenn das hält. Ähm... Ja, und, äh... Dann... Haben wir uns eben hier in der Aufnahme befunden. Und ihr merkt schon, Multitasking, ne? Mein altes Problem. Und, äh... Da bin ich ja der Host. Also, ich hab jetzt keinen Dedicated Server. Boah, komm, weee. Ich, äh, hab's ja keinen Dedicated Server, sondern das ist nur lokales Multiplayer-Spiel. Aber, ähm, im Prinzip bin ich ja der Host dann. Und, äh, so wie das aussieht, ähm, wirkt das auf mich so, als, ähm, würde, ähm, der Host, äh, auf die Art und Weise jetzt bestimmen, quasi, äh, äh, ähm, ähm, der verteilt das diese, diesen, diese UI weiter. Äh, wie gesagt, Abo hatte die und Xyra hatte die. Und dann hab ich mit Xyra den Test gemacht, äh, als die, als die anderen beiden dann weg waren, äh, haben wir dann einfach mal, ähm, was will ich überhaupt machen, Mensch? Achso, ich könnte heute schon mal anfangen, vielleicht was zu bauen, ne? Oder? Oder nicht? Na, erstmal ohne Cobblestone-Rocks, genau. Ähm, ja, und dann... hab ich gesagt, pass auf, ich starte nochmal ein Spiel, hab das dann eingefärbt und, äh, siehe da, äh, als sie reingekommen ist, hat sie sofort, äh, die, das, äh, auch das neue Eingefärbte gehabt. Das finde ich eine ganz interessante Mechanik. Ähm, hat mich auch total verwundert, muss ich sagen. Hat mich sehr verwundert. Ähm, und dann hab ich mir das mal angeguckt, das ist ja eine XML-Datei, die lokal liegt, ne? Die Windows-XML. Und, ähm... Die ist bei ihr aber nach wie vor, äh, unverändert. Also, sie hat keine neue Windows-XML-Datei bekommen, äh, sondern, äh, da hat sie... Ach, so ein Blödsinn. Da hat sie nach wie vor, äh, ihre. Das ist, das finde ich noch erstaunlicher. Also, sehr lustig, äh, da wird so ein Update verteilt, aber, äh, dann auch nur so, so halb. Also, total, äh, aua, erstaunlich, finde ich. Ähm, Repair. Och, ne, echt, 21 Sekunden. Wo läuft sie denn? Da vorne, oder eher. Und wir haben festgestellt, dass dann Zombies, die auf den Dingern verendet sind, wohl nicht looten kann, oder so. Das ist auch ährerlich, ein bisschen. Aber, okay. Gut, wenigstens verenden sie da. Wir haben Tag 11, ne? Sorgen muss ich mir erst an Tag 12 machen. Ja, Sorgen muss ich mir erst an Tag 12 machen. Vorher nicht. Komm mal her. Und... Tschüss. Ja. Ein Schuss, ähm... Das nehme ich hier mal weg. Und Clay wollte ich mir mal irgendwie noch besorgen, ne? Mehr Clay brauche ich, glaube ich. Ich glaube, ich brauche mehr Clay und mehr Steine. Wobei Steine nicht so das Riesenproblem sind, glaube ich. Eher der Clay. Oh, den nehme ich doch aber mit hier. Den Hirsch. Warum treffe ich den denn nicht? Alles klar. Ja, Messe habe ich dabei. Sehr schön. So. Ja, geht jetzt langsam an die Vorbereitung, ähm... Für die, ähm... Nächste Horde. Ich glaube ja, dass ich hier jetzt gar nicht mal so die schlechten Überlegungschancen habe. Bei, auch bei Tag 14. Ähm... Wird sich dann zeigen. Hm. Bauen wollte ich mal langsam, ne? Dafür nehmen wir, glaube ich, lieber die Baumwolle mal mit hier. Und, äh... Und, äh... Fangen wir an, ein paar Frames aufzustellen, um das mal so ein bisschen abzustecken. Ich brauche aber definitiv noch, ähm... Ich brauche aber definitiv noch Clay. Das heißt, ich werde mir wohl gleich mal eine Schaufel machen. Und das kommt auch erst mal weg hier. Und, ähm... Ja, ein bisschen entrasen müsste ich hier mal, ne? Ah, da vorne hüpft auch noch ein Hirsch rum. So, wo wollen wir jetzt hin? Hier ist so ein komischer Huckel. Sind wir doch hier, ne? Was war denn da rechts? Auch wieder ein Hirsch? Ich habe da aus dem Augenwinkel was gesehen. Was ist denn da? Ach, ein Schwein. Okay. Na gut. Dann lassen wir das Schwein nochmal Schwein sein. Fangen wir jetzt mal den Cobblestone-Frames an. Erstmal gucken, wo wir hier gutes Gelände finden. Ach, der ist so halb im Bogenversuch. Und das gefällt mir auch nicht wirklich. Obwohl, der ist gar nicht so schlecht, oder? Wie weit geht denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Machen wir das mal. Wir stellen den mal hier auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ne, ich mache erst mal nur elf. Eins. Ach, das kann man nicht angeben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Moment. Echt? Ähm, das ist schwierig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Was habe ich denn da gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Na, das Terrain ist so uneben hier. Es ist halt ein Problem, ne? Unter Umständen. Seht ihr? Ah, hier muss ich schon wieder zwei hochbauen. Und eben mal gucken. Ich weiß nicht, ob elf mal elf nicht auch so klein ist, habe ich mich jetzt auch erst mal bei die fünf entschieden. Es könnte mir sogar passieren, dass ich in beiden Gameplays dasselbe baue. Entweder klappt das in beiden super, oder ich falle zweimal auf die Schnauze. Das kann natürlich irgendwie auch sein. Ja, haha. Das wird sich dann zeigen, ähm, was das wird. So, eigentlich möchte ich hier ganz gerne mal eben den Boden beratigen, aber ich merke schon, das ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, was ich hier gerade mache. Eigentlich müsste ich hier überall was wegschippen, ne? Oder? Ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn ich hier überall was wegschippen würde. Ach, ich weiß nicht. Oder ich gehe weiter in die Richtung. Das kann man natürlich auch machen, ne? Eins, zwei weiter in die Richtung. Drei, vier. So, ich stelle hier mal welche hin. Vielleicht klappt das ja besser. So. So, vier, ne? Habe ich gesagt. Dann können wir hier hinten ja vier wegnehmen. Eins, zwei, drei, vier wegnehmen. Und dann kommt der dahin, oder? Ich glaube, so würde das dann aussehen. Ah, das ist, ähm, irgendwie komisch gerade. Och, Mensch. Leute. Echt jetzt? Und dann habe ich hier so eine Stufe drin. Och, ey. Das kann es doch auch nicht sein, oder? Bin ich der Einzige, der das schwierig findet? Ach, ich weiß auch nicht. Ja, was suche ich mir aus? So ein unebenes Waldgrundstück aus. So ein Begradigungstool. Das wäre eine geile Sache. Das wäre immer echt eine coole Sache, dass man so im Boden ein bisschen angleichen könnte. Ich glaube, das sind keine Elf mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Doch, Sitz. Okay. Ja. Ich sehe schon. Ich verbringe den ganzen Tag damit, hier sowas zu machen. So. Ziel des Spiels ist es ja nur, dass ich mir schon mal eine Mauer machen kann, dass ich vielleicht an Tag zwölf, wenn die Hunde kommen, mich aber hier drin auch schon mal aufhalten kann, oder so. Um dann, ja, den Tag auch was bauen zu können, ohne, dass ich da zu viel verliere. Zeitlich. Das ist so mein Anliegen, was ich da habe. Ich merke schon wieder, ich muss mal die zehn Minuten von nach vorne mit einrechnen, dass die Folge jetzt eigentlich vorbei ist. Und deshalb sage ich jetzt für heute mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bin ich ja vielleicht auch schon ein bisschen weiter. Wollen wir mal gucken. Kudi, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.